Herzlich Willkommen zur Software Engineering Vorlesung. Heute die achte Vorlesung und diese Woche ist ein bisschen besonders, weil diese Woche das ASTA Festival stattfindet. Das macht auch an unserer Veranstaltung nicht halt, nämlich die Übungen, und das hatte Jana schon in der Ankündigung mitgeteilt, werden am Donnerstag auch nicht stattfinden können. Das heißt, da müsst ihr euch einen anderen Termin suchen, aber es ist natürlich auch eine gute Nachricht, da findet was Großes statt. Ich hoffe, das Wetter spielt dann auch entsprechend mit, wie hier auf dem Bild von einem vorherigen Jahr. Gut, wir sprechen kurz über Essen, bevor wir über das eigentliche Thema sprechen, nämlich über den Vorgang der Essensanlieferung oder Essensbestellung. So, und das ist hier ein Snapshot zwischendurch. Wir sehen irgendwie, da liefert jemand anscheinend gerade was oder holt gerade was ab oder da ist eine Person und so ein Roller drauf und in der Box ist vielleicht Essen drin oder kein Essen mehr, das wissen wir nicht so genau. Tatsächlich gibt es jetzt verschiedene Stadien, was damit zu tun hat. Da gibt es verschiedene Schritte und diese Schritte wollen wir uns auch heute für Software angucken, aber wir gucken uns die erstmal für dieses Essen an. Das hat irgendwas mit Essen zu tun, mit Liefern, mit Bezahlen, mit Aussuchen, mit Bestellen und mit Warten, aber nicht unbedingt in der Reihenfolge. Das war jetzt vielleicht nicht die natürliche Reihenfolge, die ihr irgendwie erwartet hättet und in dem Beispiel könnt ihr euch das vorstellen und habt das wahrscheinlich selbst schon mal gemacht und könnt das nachvollziehen, was da eine natürliche Reihenfolge ist, in der Dinge passieren müssen. In der Vorlesung haben wir hier meist anders gestartet. Ich möchte natürlich nicht jedes Mal über Essen reden und euch anregen, irgendwie über Essen nachzudenken und dann hungrig zu werden, sondern wir haben über Schaukeln gesprochen und haben insgesamt jetzt schon sechs Vorlesungen. Ihr habt plus die Einführungsvorlesung und in den ersten beiden Inhaltsvorlesungen ging es um die Implementierung und über Versionskontrolle. Versionskontrolle, was jetzt diejenigen, die gerade in der Zentralübung da waren, auch viele gerade nutzen oder sich fragen, wie geht man mit diesen Merge-Konflikten zum Beispiel um. Gut, wir haben dann auch über das Testen gesprochen, wie wir diese Programme, die wir da produzieren, mithilfe von Black- und Whitebox-Testen irgendwie testen können. Wir haben über Software-Evolution gesprochen, da ging es darum, dass sich Software über die Zeit vielleicht weiterentwickelt, wir wollen ja neue Features implementieren, wir müssen Software auch irgendwie anpassen oder Software-Wartung, das heißt, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, das Programm funktioniert nicht und man muss schnell reagieren und die Software irgendwie beheben. Gut, und die letzte Vorlesung war schon ein bisschen besonders, weil die war nicht zu einer dieser Phasen, das andere sind alles irgendwie Phasen innerhalb der Software-Entwicklung, sondern das letzte Mal war was, was irgendwie übergreifend ist für verschiedene Phasen. Da haben wir zum Beispiel uns verschiedene Modellierungssprachen angeguckt, um zum Beispiel einen Zeitplan aufzustellen, zu sagen, das soll alles passieren in diesem Projekt und da könnte ein, so ein Block in so einem Gunshot könnte zum Beispiel sein, die Programmierung soll passieren, die Testphase soll passieren und ähnliches. Wir werden uns heute angucken, wie diese Phasen einerseits zusammenspielen, welche es da denn so gibt, was so die typischen Phasen sind, das sind nicht unbedingt immer genau die, die wir hier auflisten. Einerseits gibt es vielleicht ein paar Phasen, die wir dann zusammenfassen, die hier jetzt noch einzeln sind, wo wir einzelne Vorlesungen hatten und andererseits fehlen uns noch welche und kleiner Hinweis, da wird es dann auch in den nächsten Wochen noch zu gehen. Wir gucken uns in der Vorlesung drei verschiedene Prozesse an, drei verschiedene Möglichkeiten, wie man Software entwickeln kann, das sind welche, die in der Praxis so vorkommen oder vorkamen in der Vergangenheit, das Wasserfallmodell, das V-Modell und Scrum und hier steht, und da könnt ihr eher nach der Vorlesung was mit anfangen, steht noch, was die so jeweils besonders haben. Fangen wir aber erstmal an, was ist eigentlich so ein Softwareentwicklungsprozess und warum machen wir das eigentlich? Erstmal wollen wir das Projekt irgendwie strukturieren. Wir hatten beim letzten Mal über das Projektmanagement gesprochen, da wollte er irgendwie sicherstellen, dass nach zwei Jahren Entwicklungszeit von der Software, dass am Ende was rauskommt, das heißt, das wollte nicht erst einen Tag vorher feststellen, dass das vielleicht nicht rechtzeitig fertig wird, sondern wir wollten nach einem Jahr auch schon wissen, ob das Ganze gut läuft, ob das im Zeitplan ist oder nicht und dafür müssen wir es irgendwie runterbrechen. Wir wollen also das Projekt irgendwie strukturieren, wir wollen verstehen, was gibt es für Aktivitäten, was gibt es für Phasen, was muss man eigentlich alles machen, wenn man Software entwickelt und am Anfang, wenn man über Softwareengineering oder Softwareprojekte nachdenkt, dann denkt man eigentlich an Programmierung. Man codet das einfach runter und dann ist man fertig und wir sozusagen, die Vorlesung ist auch ein bisschen da, um einen Horizont zu erweitern und zu zeigen, da gibt es noch mehr, was müssen wir alles machen und wir werden da auf verschiedene Aktivitäten und Phasen noch zu sprechen kommen heute. Wie organisieren wir die Kommunikation? Wenn ich jetzt 100 Entwickler habe oder 1000 Entwickler habe, dann ist die Frage, redet jeder mit jedem bei Bedarf? Dann machen die Entwickler nichts anderes mehr, als nur noch miteinander zu reden oder zu chatten oder per E-Mail zu kommunizieren oder auf welchem Weg auch immer. Das heißt, man muss auch überlegen, was sind vielleicht Kommunikationswege? Wie kann man die vielleicht in Teams aufteilen? Da kommen wir insbesondere im dritten Teil etwas genauer drauf. Dann ist die Frage auch, wer hat welche Verantwortlichkeiten? Es hat vielleicht nicht jeder irgendwie die gleichen Verantwortlichkeiten. Ich kann zum Beispiel auch überlegen, dass es eine Person gibt, die eher für die Wartung der Software zuständig ist, eine eher für das Testen und eine eher für das Programmieren und die drei arbeiten dann zusammen in einem Team. Das sind also Verantwortlichkeiten. Dann ist die Frage, vergisst man vielleicht irgendwas? Also vergisst man zum Beispiel das Testen und überlässt das nachher den Endanwendern. Können wir irgendwie das Projektergebnis vorhersagen? Das ist natürlich aus Projektmanagement-Ebene relativ interessant. Wer leitet da so ein Projekt, da sind 100 Leute beschäftigt, das ist ein entsprechendes Volumen von mehreren Millionen, was da rein fließt. Und dann ist natürlich die Frage, könnt ihr irgendwie vorhersehen, ob das Projekt nach diesen zwei Jahren fertig wird oder ob es vielleicht fünf Jahre braucht oder ob es abgebrochen werden sollte vielleicht auch. Gut, das heißt, wir wollen irgendwie steuern, wir wollen vielleicht irgendwie darauf einwirken. Wenn wir feststellen, nach dem ersten halben Jahr, okay, die Entwickler sind noch nicht geschult genug, können wir irgendwie noch reagieren. Wenn wir das nach zwei Jahren feststellen, dann ist das Projekt zu Ende, dann können wir da nichts mehr machen. Wenn wir die Entwickler dann schulen, hat es keinen Effekt mehr. Es geht vielleicht auch um Erfahrung. Wir haben in der Vergangenheit wurden viele Softwareprojekte entwickelt. Keiner von uns, also weder ihr noch ich, kennt jedes einzelne Softwareprojekt. Aber es gibt natürlich viele Softwareprojekte oder Personen, die viele Projekte durchgeführt haben, die dann Erfahrungswerte haben und diese Erfahrungswerte jetzt auch gießen in so gewisse Entwicklungsprozesse. Und das sehen wir jetzt gleich. Die kommen typischerweise auch von Personen, teilweise aus der Forschung, teilweise aus der Praxis, die sich eben diese Modelle ausgedacht haben. Gut, und dann ist noch die Frage, wenn ich jetzt Hardware und Software entwickeln muss, in meinen letzten Vorlesungen war öfter mal so ein Rasenmäherroboter oder ein Staubsaugroboter mein Beispiel, dann muss da eben Hardware entwickelt werden, muss Software entwickelt werden und dann stellt sich natürlich die Frage, wie greift das ineinander. Von der Hardware habe ich vielleicht erstmal nur Prototypen und dann nicht das fertige Produkt, aber ich möchte damit dann schon testen, ich muss das also irgendwie synchronisieren. Gut, jetzt eine kurze Definition, was eigentlich so ein Softwareprozess ist, lasse ich euch kurz lesen. Gut, da stecken jetzt verschiedene Begriffe schon drin. Also wir haben den Softwareprozess, das sind verschiedene Aktivitäten und am Ende des Tages führen die zu einem Software-System. Wir produzieren Software-Systeme. So, das heißt, wir haben gewisse Aktivitäten und aus diesen Aktivitäten fällt irgendwas raus. Nicht aus jeder Aktivität muss zwingend immer in Programmen rausfallen, was ich ausführen kann. Es kann zum Beispiel auch eine Phase geben, zum Testen des Systems, da fallen Testfälle raus am Ende. Oder da werden Testfälle ausgeführt, dann weiß ich am Ende, waren die Testfälle erfolgreich oder nicht. Dann gibt es Rollen. Jetzt gibt es eben verschiedene Personen und verschiedene Personen können verschiedene Rollen übernehmen. Es kann zum Beispiel sein, dass es Personen gibt, die sowohl programmieren als auch Tests schreiben oder Tests durchführen. Manchmal ist es vielleicht getrennt voneinander, aber es ist eben gut, darüber nachzudenken, dass es sowohl Personen gibt, als auch Rollen und Personen können eben mehrere Rollen oder nur eine Rolle übernehmen oder können auch bei unterschiedlichen Projekten unterschiedliche Rollen übernehmen. In der Praxis wird es ja nicht so sein, dass ein Entwickler zum Beispiel nur an einem Projekt mitwirkt und es könnte zum Beispiel sein, dass der Entwickler an dem einen Projekt programmiert, neue Features implementiert und an einem anderen Projekt, wo er früher daran erarbeitet hat oder sie, dann die Wartung zum Beispiel übernimmt. Gut, und jetzt gibt es vielleicht Aktivitäten, die bestimmte Sachen bedingen. Ich kann eben erst was an der Software testen, wenn zumindest mal in Grundzügen irgendwas da ist, was ich testen kann. Das heißt, es gibt gewisse Vor- und Nachbedingungen, gewisse Vorbedingungen, was vorher gelten muss und nur wenn ich gewisse Randbedingungen erfülle, kann ich weitermachen. Nur wenn die Tests hinreichend gut waren, kann ich dann weitermachen und die Software zum Beispiel ausliefern. Gut, jetzt die Frage, warum eigentlich unterschiedliche Prozesse? Ich habe schon vorhin angeteasert, dass wir uns drei unterschiedliche angucken heute. Lasse ich euch kurz lesen. Gut, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, es gibt nicht den einen Entwicklungsprozess, mit dem man irgendwie jede Software sinnvoll erstellen kann und sollte. Und das hängt eben von vielen Faktoren ab. Die Faktoren werden wir heute im Rahmen der Vorlesung noch genauer uns angucken. Und Ziel der heutigen Vorlesung sollte sein, ihr kennt jetzt dann drei dieser Entwicklungsmodelle und ihr sollt Vor- und Nachteile dieser Entwicklungsmodelle kennenlernen und sollt auch später dann eine Einschätzung treffen in einem konkreten Szenario. Das machen wir auch in einer der Übungsaufgaben zum Beispiel. Da geben wir euch ein Szenario von der Softwareentwicklung vor und ihr sollt sagen, welches dieser Modelle eignet sich am besten. Gut, das hängt also davon ab, was ich für eine Software entwickle, wie gut der Endanwende oder der Kunde, der das quasi bezahlt, wie gut der eigentlich mit der Materie oder mit den technischen Details vertraut ist und ähnliches. Gut, damit kommen wir zum ersten Modell und zwar das sogenannte Wasserfallmodell und das heißt Wasserfallmodell, weil man das grafisch so aufmalt wie ein Wasserfall. Das war tatsächlich das erste Vorgehensmodell, was vorgeschlagen wurde für Software und das kam nicht ganz von ungefähr, das war nämlich so ziemlich das, was man früher auch bei Hardware gemacht hat. Das wurde vorgestellt 1970 von Winston Royce, ist heute etwas eingestaubt. Ich glaube, die Softwarefirmen, die bewerben, dass quasi neue Entwickler wie euch zum Beispiel bewerben wollen und sagen, wir entwickeln nach dem Wasserfallmodell, die ist gleich null. Das wird quasi jetzt keiner irgendwie sagen. Allerdings ist es ganz interessant, zumindest irgendwie die Historie dazu zu sehen und wir werden auch sehen, dass die anderen nur noch komplexer werden und gewissermaßen auch auf diesem Modell aufbauen. Das Wasserfallmodell ist ein sogenanntes Dokumentationsmodell. Die Idee ist, es gibt gewisse Phasen, gewisse Aktivitäten und am Ende jeder Phase gibt es eine Dokumentation. Und die Dokumentation kann zum Beispiel eine Software sein, das kann aber auch ein Aktenordner voll sein, je nach Größe der Software, mit irgendwelchen Dokumenten. Genau, das heißt Dokumenten getrieben, das heißt, wir haben immer eine Phase, die Phase endet damit, dass Dokumente abgegeben werden und wenn die in Ordnung sind, dann gehe ich zur nächsten Phase über. Die Phasen überlappen sich nicht. Wir sehen das gleich nochmal, wie man in der Praxis damit umgeht, weil man vielleicht manchmal auch Fehler später wieder korrigieren muss. Und wenn ihr jetzt irgendwo in die Literatur guckt, dann sieht das Wasserfallmodell immer unterschiedlich aus. Also ich habe selbst mal ein bisschen recherchiert dazu und das wird so fünf bis sieben Phasen haben, das Wasserfallmodell, was ihr so findet. Die Originalvorstellung ist tatsächlich auch ein bisschen komplexer. Wir nutzen hier das Vereinfachte von Ian Somerville. Gut, wo fangen wir an? Wir fangen an mit der Anforderungsanalyse. Das ist quasi die erste Phase. Das ist nämlich die Phase, in der wir versuchen zu verstehen, was der Kunde eigentlich braucht. Ihr denkt an die Schaukel, der Kunde sagt irgendwie, was er haben will für eine Schaukel, der formuliert das einfach in natürlicher Sprache und da sitzt irgendjemand und hört dem zu und stellt ab und zu mal Rückfragen, weil man vielleicht auch irgendwo unsicher ist, was das jetzt bedeutet. Und interessanterweise, je mehr diese Rückfragen man stellt und je mehr Erfahrung man damit hat, solche Anforderungen aufzunehmen, umso besser kann man da schon Fehler erkennen. Dann geht es weiter. Dann überlegen wir uns aus diesen Anforderungen, wie wir überhaupt vorgehen wollen. Wie wollen wir das System eigentlich strukturieren? Zum Beispiel, was ihr euch immer schon mal gehört habt, irgendwo wollen wir eine kleine Server-Architektur machen. Was bedeutet das? Es bedeutet, es gibt ein Client-Gerät, das kann ein Handy sein, ein Browser, auf dem eine Website angezeigt wird, das kann eine App sein, das kann eine Desktop-Anwendung sein, all das, das wäre quasi ein Client und der kommuniziert mit dem Server und von dem Server bekommt er quasi die aktuellen Daten. Diese Entscheidung ist quasi relativ grundlegend. Ich sollte nicht erst anfangen mit Programmieren und Programmiere und dann stelle ich fest, ich möchte eigentlich so ein Client-Server-Modell machen und ich möchte das eigentlich als Webseite haben und nicht als App, die man programmiert, als App, die man erst noch installieren muss, weil davon hängt vielleicht die Programmiersprache ab. Dann habe ich jetzt schon eine Weile entwickelt und müsste eigentlich eine andere Programmiersprache nehmen. Vielleicht brauche ich auch mehrere Entwicklerteams, vielleicht will ich die irgendwie aufteilen. Ich habe hier einen Kunden, der gibt ganz viel Geld, der sagt jetzt hier, das ist jetzt wichtig, diese Situation hat man zum Beispiel mit der Corona-Warn-App damals, da hat eben der Bunte gesagt, wir geben jetzt hier so viel Geld, wie es nötig ist im Prinzip und die muss aber möglichst schnell entwickelt werden, diese App. Das heißt, dann setzt man da nicht bloß zwei Entwickler ran, dann setzt man da vielleicht 20 oder 50 Entwickler dran und dann will man natürlich auch irgendwie überlegen, wie die zusammenarbeiten können, wie man die Aufgaben aufteilen kann. Und das ist die Aufgabe von diesem System- und Softwareentwurf. Gut, dann irgendwann starten wir natürlich das Programmieren, das heißt, wir überlegen uns, jetzt gibt es vielleicht eine Webseite und es gibt ein Backend, einen Server, auf dem wir was programmieren, das können zum Beispiel unterschiedliche Programmiersprachen sein, es können unterschiedliche Teams sein, die können das jetzt implementieren und die können auch Tests dafür schreiben. Wir hatten in der Vorlesung schon J-Unit-Tests gesehen, können Blackbox- und Whitebox-Tests vornehmen, relativ typisch ist auf der Ebene, eher Whitebox-Tests, wir machen uns zunutze, dass wir die Implementierung kennen an der Stelle. Gut, jetzt ist aber die Frage, wenn wir das jetzt in so einem Client und Server aufgeteilt haben, arbeiten die beiden eigentlich zusammen? Das heißt, man muss die mal irgendwann auch zusammenbringen und zusammentesten und gucken, arbeitet der Client eigentlich mit dem Server, verstehen die sich, die schicken dann über irgendeinem Protokoll Nachrichten hin und her, dann kann es ja sein, da gab es irgendwo Missverständnis und deswegen funktioniert das nicht, die Anwendung. Das ist gemeint unter Integration. Also wir integrieren mehrere Teilsysteme, zum Beispiel ein Client und ein Server und wir testen die jetzt erstmalig zusammen. Gut, und wenn wir da jetzt auch wieder erfolgreich waren und dann nochmal zurück zu dem Stand, erst wenn ich mit den Anforderungen, mit dem Anforderungsdokument zufrieden bin, gehe ich weiter zur nächsten Phase und mache den Systementwurf. Erst wenn ich damit zufrieden bin, fange ich an mit Implementieren und führe die Unit-Tests durch. Erst wenn ich damit zufrieden genug bin, gehe ich über zur nächsten Phase und dann ist man irgendwann so weit, dass man sagt, jetzt ist es fertig und in vielen anderen Bereichen ist man typischerweise der Meinung, jetzt ist es fertig, jetzt war es das. Ich liefere so ein Auto aus, das war es, jetzt ist es ausgeliefert, jetzt sehe ich zu, was er damit macht. Tatsächlich fängt bei der Software da eigentlich meist der Aufwand erst an. Wir haben Softwarewartung in der Vorlesung, auch in der Vorlesung zur Software-Evolution haben wir gesehen, dass das eigentlich ein großer Bestandteil von heutiger Softwareentwicklung ist, dass man die weiter betreibt. Und natürlich auch bei einem Fahrzeug haben wir das auch, es muss Ersatzteile geben für vielleicht 20 Jahre oder Ähnliches. Da haben wir das natürlich genauso. Das heißt, das ist eine eigene Phase, wo die Software betrieben wird, wo sie irgendwo läuft, wo sich jemand drum kümmern muss, wenn irgendwas nicht funktioniert, wo, wenn Kunden Fragen haben, die sich melden können und Rückfragen stellen können. Jetzt ist die Frage, was machen wir, wenn jetzt irgendwo ein Fehler passiert ist? Also ihr erinnert euch an das Schaukelbild, da hat sich irgendjemand zwischen irgend zwei Phasen mal missverstanden, dann stellen wir fest, die Anforderungen wurden irgendwie falsch aufgenommen, dann möchte jemand gar nicht eine kleine Server-Architektur, sondern soll alles lokal auf dem Handy laufen, das sind vertrauliche Daten, das darf gar nicht übers Internet repräsentiert oder vertrieben werden, die Daten. Wenn wir sowas Grundlegendes feststellen, ist das natürlich relativ schwierig, weil da müssen wir relativ weit zurückspringen. Was jetzt auch passieren könnte, ist, dass wir vielleicht feststellen, naja, beim Betrieb stellen wir fest, Kleinen und Server arbeiten nicht so gut zusammen. Was wir dann machen können, ist, wir gehen vielleicht einen Schritt zurück. Wenn wir allerdings, je weiter vorne wir den Fehler schon gemacht haben, je länger der Fehler her ist, desto weiter müssen wir zurückgehen. Und die Idee ist eben, dann geht man dahin zurück, behebt den Fehler, also würde zum Beispiel die Anforderung neu aufnehmen, würde sich überlegen, was müssen wir an diesen Anforderungen ändern, dann würde man sich einen neuen Systementwurf überlegen, damit es eben dann zum Beispiel kein kleinen Server-Modell mehr ist und dann würde man quasi, und deswegen kommt der Name Wasserfall-Modell, würde man diesem Wasserfall wieder folgen. Man müsste also einmal den Berg wieder hochlaufen, dann steigt man oben wieder ein und dann muss man quasi überall das wieder durchpropagieren, was es an Änderungen gab. Was faktisch in der Praxis oft passiert, ist, dass man gar nicht zwingend immer den großen Schritt zurück hat, sondern vielleicht auch einfach bloß eine Ebene zurück muss, das heißt, wie häufig das Wasserfall-Modell auch dargestellt wird, ist auf diese Art und Weise, dass man sagt, naja, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert beim Betrieb, dann gehe ich eine Phase zurück und gucke in die Implementierung. Wenn die dann rausfinden, na, es ist eigentlich schon ein Fehler, der im Entwurf ist, dann geht man noch eine Phase zurück, weil man merkt, bei der Anforderungsermittlung gab es schon Fehler, da muss man eben noch eine Phase zurückgehen. Da gibt es eine Daumennummer aus der Literatur, die sagt so, je später ich die Fehler mache, desto teurer werden die und wenn ich von einer Phase zur nächsten Phase gehe, dann ist das um einen Faktor von 10 teurer. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn ich nachher rauskriege, dass keine kleinen Serverarchitektur funktioniert, dass ich das quasi schon falsch entschieden habe, dass das deutlich teurer ist, als wenn ich irgendwo mal ähnlich wie bei dem Fehler mit den Schaltsekunden mal an einer Stelle irgendwo ein Zeichen austauschen muss und vielleicht bloß eine kleine Behebung machen kann. Gut, das ist soweit zum Wasserfallmodell. Hier ist das jetzt noch mal ein bisschen verschriftlich, das, was ich eben schon gesagt habe. Ich kann noch mal so ein paar Begriffe reinwerfen. Was am Ende der Anforderungsanalyse rausfällt, ist eine Systemspezifikation. Wir überlegen uns also, was soll das System nachher können. Aus dem Entwurf fällt eine Systemarchitektur raus. Da war mein Beispiel jetzt hier immer Client-Server, wir werden da noch mehr kennenlernen. Aus der Implementierung fallen Programme raus, Programmteile, Bibliotheken. Aus der Integration im Testen kommt ein komplettes Software-System, was sich ausliefern kann. Wir hatten da schon über Continuous Delivery zum Beispiel gesprochen und Operations und Maintenance. Das ist eben die Phase, wo man eben insbesondere Fehler ausmerzen würde, aber vielleicht auch Sachen anpassen würde an neue Rahmenbedingungen. Gut, jetzt noch kurz zum Abschluss, zum Wasserfallmodell. Was sind so Vor- und Nachteile? Weil, ihr erinnert euch, wir wollen euch ja dahin bringen, dass ihr nachher sagen könnt, in diesem Szenario soll folgendes Entwicklungsmodell eingesetzt werden. Nur ist das das Erste, so ein bisschen schwierig zu sehen, was da Vor- und Nachteile sind, aber nichtsdestotrotz versuchen wir das hier. Also erst mal ist es relativ einfach zu verstehen. Es gibt diese fünf Phasen, ich konnte das jetzt hier in 15 Minuten erklären. Es ist relativ einfach zu verwalten auch aus Projektmanagement-Ebene, weil ich halt sehen kann, es gibt diese fünf Phasen. Ich kann mir am Anfang überlegen, wie viele Monate stecken wir in welche Phase, in welcher Phase bin ich gerade und sind wir sozusagen im Zeitplan, ist auch relativ einfach zu kontrollieren, indem man jetzt sagt, okay, wenn jetzt die Phase länger gedauert hat, dann muss ich eben bei den anderen entsprechend kürzen und da zum Beispiel mehr Personal einsetzen. Gut, das ist insbesondere gut für Systementwicklung, also wenn ich nicht nur Software entwickle, sondern Hardware und Software irgendwie zusammen, zum Beispiel so ein Gerät hier, so ein kleiner Pointer, ist ein spezielles Gerät, es gibt viele Geräte der Art, die irgendwie so eine spezielle Hardware brauchen, wo die Hardware parallel zur Software entwickelt wird und das Wasserfallmodell ist insbesondere da praktisch, weil es ein ähnliches Modell auch für Hardwareentwicklung gibt, wo man auch eben erst von den Anforderungen später hin zur Umsetzung kommt. Gut, tatsächlich gibt es auch formale Systementwicklungen, das heißt, man kann teilweise schon Fehler automatisiert mit Werkzeugen erkennen, basierend auf den Anforderungen, aber das eher so als Randnotiz. Gut, was gibt es für Beispieldomänen, wo man das einsetzen kann? Das ist jetzt nicht unbedingt bei jedem Software-System sinnvoll, aber es gibt so ein paar typische Domänen, zum Beispiel eingebettete Systeme und das wäre jetzt hier so ein Beispiel für ein eingebettetes System, hat offensichtlich relativ starke Hardware-Limitierungen, was man da drauf machen kann, da kann ich jetzt nicht beliebig viel Pixel zum Beispiel anzeigen oder Ähnliches. Dann gibt es kritische Systeme, also welche, die starke Safety- und Security-Anforderungen haben, wie zum Beispiel die Steuersoftware von einem Atomkraftwerk oder die Steuersoftware, die in einem Fahrzeug ist oder die in einem Flugzeug verbaut ist. Insbesondere auch für große Entwicklungssysteme oder große Systeme, die entwickelt werden müssen, eben weil man das Team gut aufteilen kann, weil man gut sagen kann, es gibt halt jetzt vielleicht 100 Entwickler, 1000 Entwickler und ich kann die eben jetzt so und so aufteilen in Gruppen und nicht alle müssen zwingend Experte in allen diesen Phasen sein. Es gibt auch Nachteile, den einen Nachteil habe ich schon relativ ausführlich angesprochen, nämlich in späteren Entwicklungsstadien, wenn ich da Fehler feststelle, die ich in früheren gemacht habe, dann ist es erstmal relativ schwer, die noch umzusetzen, die noch durchzusetzen. Für die Entwicklung, die einzelnen Phasen sollten auch wirklich immer irgendwas produzieren, man muss eben irgendwelche Dokumente produzieren, die dann quasi in die nächste Phase übergehen. Und was natürlicherweise dazu führt, dass wenn quasi je früher die Phasen sind, desto teurer wird es, quasi Änderungen daran zu machen, dass man eben Anforderungen einfriert, dass man an einem gewissen Punkt sagt, okay, das wird jetzt das Gerät, das und das wird die Hardware und genau für die entwickeln wir jetzt Software und wir ändern daran nichts mehr. Es wird nicht einfach plötzlich ein Display geben mit einer Zeile mehr oder es wird nicht plötzlich einfach noch eine Taste mehr geben, sondern man wird sich einfach dann festlegen und sagen, das frieren wir jetzt ein, zumindest für dieses Projekt, vielleicht gibt es danach ein neues Produkt, bei dem können wir dann wieder neue Anforderungen festlegen. Das kann aber eben dazu führen, dass wir irgendwelche Implementierungstricks brauchen, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben mit irgendwie dem Speicher, vielleicht ist da dann zu wenig Speicher drin und dann müssen wir ziemlich arbeiten, dass wir mit diesem Speicher umgehen können. Was das insbesondere auch bedeutet, dass das Wasserfallmodell insbesondere dann sich anbietet, wenn die Entwickler oder die Teams schon ziemlich gut wissen, was sie da eigentlich tun sollen, sich mit der Materie auskennen, sie also relativ klare Anforderungen am Anfang schon aufstellen können und da wenig Änderungen zu erwarten sind. Also in dem Teil ging es überhaupt erst mal um Softwareentwicklungsprozesse, Vorgehensmodelle auf Deutsch, was machen wir da eigentlich, warum machen wir das, mit welchen Zielen und wir haben uns das Wasserfallmodell angeguckt, was sind die Phasen, was sind die Ergebnisse, die zwischendurch rausfallen, was sind so Beispiele, Anwendungsdomänen, was sind Vor- und Nachteile. So, und jetzt haben wir ein kleines Quiz für euch im Panda, da könnt ihr euch kurz durchklicken und ihr könnt gucken, ob ihr das alles verstanden habt und ob ihr das so alles mitnehmen konntet schon aus der Vorlesung. Ja, vielleicht gibt ihr ein kurzes Handzeichen, wenn ihr soweit seid, dann weiß ich, wann wir weitermachen können. Dann viel Spaß. Gut, das ist doch mal eine schöne Verteilung, damit kann man schon leben, die ist schon ziemlich weit am Optimum. Wir haben manchmal auch so Umfragen, die durchaus mehr das Zentrum in der Mitte haben. Man muss auch sagen, das ist natürlich eher was, einfach Wissen reproduzieren, das ist ja so eine der Sachen, die von euch dann auch in der Prüfung verlangen, da war jetzt noch nicht so viel Verständnis oder Anwendung dabei. Gibt es trotzdem Fragen dazu? Gut, dann machen wir weiter. Dann war das quasi das erste Entwicklungsmodell, was ihr jetzt kennengelernt habt und jetzt gibt es eins, das ist quasi dafür bekannt, dass das Testen etwas mehr in den Fokus rückt, da gibt es quasi etwas mehr Überlegungen zu, wie man eigentlich testen sollte und wir werden auch gleich klären, warum das V-Modell heißt. Da gibt es nämlich zwei mögliche Erklärungen dazu. Gut, also erstmal, das V-Modell wurde entwickelt vom Verteidigungsministerium, das ist also das Modell vom Verteidigungsministerium und das ist quasi eine mögliche Deutung, warum das das V-Modell heißt, vom Deutschen Verteidigungsministerium und es wurde schon davor entwickelt, aber wird benötigt seit 1992. Das heißt, sobald Deutschland irgendwas beauftragt, was Softwareentwicklung mit beinhaltet und irgendwie für die Verteidigung von Deutschland genutzt wird, dann muss es nach diesem Modell entwickelt werden. So, und das wird jetzt vielleicht nicht jeden von euch betreffen später in der Praxis, aber einige von euch und interessanterweise wurde das dann eben nicht nur da eingesetzt und auch nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch außerhalb und hat quasi einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, aber wenn ihr euch vielleicht englische Textbücher anguckt aus anderen Ländern, dann nicht wundern, wenn da das V-Modell nicht drin ist, das hat natürlich eine besondere Bedeutung dann in Deutschland. Tatsächlich ist eine Erweiterung vom Wasserfallmodell, das heißt, man hat sich das Wasserfallmodell als Grundlage genommen und hat eben überlegt, wie kann man eigentlich Qualitätssicherung, wie kann man das Management von eben so Konfigurationen, also Versionsverwaltung, zum Beispiel Projektmanagement, wie kann man das eigentlich alles mit dem Wasserfallmodell verheiraten und insbesondere eben bei uns jetzt hier eine Vorlesung der Fokus auf Qualitätssicherungsmaßnahmen. Also kurzum das Testen. Gut, 1997 gab es das V-Modell 97, das hat dann auch inkrementelle Entwicklung mit bedacht, dass man quasi nicht einfach nur einmal am Anfang das große System festlegen muss, sondern dass man es in Schritten weiterentwickelt. Man hat sich da auch Gedanken gemacht, wie man die Hardware gleichzeitig mit in dem Modell unterkriegt, wie man objektorientiert vielleicht entwickeln kann. 2004 dann noch eine Erweiterung, das ist das sogenannte V-Modell XT, das ist auch das, was am weitesten verbreitet ist dann heute. Das XT steht für Extreme Tailoring. Und was bedeutet das? Naja, das bedeutet, es gibt ein Grundgerüst, ein generisches Modell und das wird dann allerdings für den Einzelfall angepasst und man überlegt sich dann für eine Firma, für einen speziellen Anwendungsfall, überlegt man sich eben, wie man das konkret anpasst und wie man das ausgestaltet. Insbesondere, was quasi all diese verschiedenen Modelle gemeinsam haben, ist, dass es jetzt vier Testphasen statt quasi zwei Testphasen gibt im Wasserfallmodell. Also, was wir weiterhin machen, ist irgendwie Anforderungen zu ermitteln. Also Requirements Elicitation im Englischen. Wir modellieren das System, das heißt, wir überlegen uns, was soll dieses System alles können, was ist vielleicht diese grobe Struktur von diesem System, wie sieht quasi die Architektur von diesem System aus. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt über Architektur noch nicht so detailliert gesprochen. Das machen wir in zwei Vorlesungen oder drei Vorlesungen von jetzt an noch deutlich detaillierter. Aber wir können euch da zum Beispiel vorstellen, das, was ich jetzt als Beispiel schon hatte, wie dieses kleine Server-Modell. Ich überlege halt, ich habe irgendwie zwei Teile. Ich kann mir auch überlegen, ich habe eine kleine Bibliothek. In der Bibliothek werden Verschlüsselungsalgorithmen implementiert zum Verschlüsseln und Entschlüsseln und dann sind das Architekturentscheidungen, solche Bibliotheken zum Beispiel zu erstellen. Dann habe ich das eigentliche Software-Design und das ist ziemlich nah dran an dem, was ja auch gerade in der Zentralbüro im Praktikum macht. Das heißt, überlegen, welche Klassen führe ich an. Ihr solltet jetzt bei der aktuellen Aufgabe zum Beispiel eine Oberklasse machen für Addition, Subtraktion und so weiter. Das sind alles Software-Entscheidungen. Da haben wir euch die Entscheidung schon mal abgenommen. Es gibt eigentlich auch ein paar Entscheidungen, die ihr selber irgendwie auch fällen müsst da beim Entwickeln. Und tatsächlich sogar interessant für uns, dass so viele vielfältige Lösungen da entstehen, weil es einfach viele Möglichkeiten gibt, die gleichen Anforderungen, die von uns kommen, umzusetzen. Dann kommen wir zur eigentlichen Implementierung. Das heißt, die Entscheidung, so eine Superklasse zu machen für verschiedene andere Klassen oder ein Paket anzulegen, wo verschiedene Klassen drin landen, das sind quasi Designentscheidungen, Entwurfsentscheidungen, wohingegen wie genau die Methoden dann bis ins Detail implementiert werden, das ist dann tatsächlich Aufgabe in der Implementierungsphase. So, und jetzt können wir schon erahnen, da ist so eine Hälfte von so einem V jetzt irgendwie schon zu sehen und jetzt kommt tatsächlich die andere Hälfte von dem V dazu, denn zu jeder Phase, die wir auf der linken Seite haben, gibt es eine passende Phase auf der rechten Seite, wo wir entsprechende Tests durchführen. Das heißt, wir würden Unit-Tests durchführen, das sind eben zum Beispiel im J-Hunt, hatten wir solche Beispiele schon gesehen, ich kann einzelne Klassen testen, ich kann ein einzelnes Package testen, ich kann eine einzelne Methode testen, das kann ich quasi alles basierend auf dem Softwareentwurf machen. Wenn ich jetzt ein Package mir überlegt habe, dann kann ich zum Beispiel für das Package mir Tests überlegen. Das ist aber vielleicht noch nicht alles, weil was ich vorhin schon gesagt hatte, wir haben vielleicht ein kleines Serversystem und der Client muss auch um den Server reden, das können wir mit diesen Unit-Tests quasi nicht ermitteln. Das ist das sogenannte Integration-Testing. Das heißt, man integriert mehrere Teile, mehrere Komponenten von der Software und guckt, ob die auch zusammen funktionieren. Ein anderes Beispiel könnte sein, es gibt ein Motorsteuergerät. Motorsteuergeräte waren eine Zeit lang irgendwie groß in den Medien, weil mit denen quasi gefuscht wurde und da irgendwas reinprogrammiert wurde, was da nicht sein sollte. Diese Motorsteuergeräte, die sorgen quasi dafür, wie viel Kraftstoff in welchem Moment in den Motor eingespritzt wird, in Abhängigkeit davon, wie ich das Pedal durchtrete und in Abhängigkeit davon, wie schnell ich schon bin und ähnliche Sachen. So, das heißt, das ist ein Steuergerät, das ist eins von vielen Steuergeräten, aber die Frage ist natürlich auch, funktioniert das auch mit allen anderen zusammen im Fahrzeug und das Ganze passiert beim Integration-Testing, wobei ich beim Integration-Testing noch nicht komplette Fahrzeuge testen muss. Was in der Automobilindustrie passiert, ich weiß nicht, wer sowas schon mal gesehen hat oder schon mal irgendwo eine Fabrik besichtigt hat, da gibt es dann Prüfstände und ein Prüfstand ist zum Beispiel ein halbes Auto oder es ist quasi einfach eine Verkettung von drei oder fünf Steuergeräten und wir haben vielleicht 90 in dem Fahrzeug und diese Steuergeräte werden dann zusammen getestet, ob die zusammen eben auch funktionieren. Wenn wir das komplette System, das komplette Fahrzeug testen mit allen seinen Bestandteilen, dann hat das einen anderen Namen, dann heißt das System-Testing. Und interessanterweise gibt es genau die passende Phase dazu, nämlich die Systemmodellierung, also wo ich mir überlege, was soll das Fahrzeug nachher können? Was soll das alles? Soll das ein Spurhalteassistent haben? Soll es eine Warnung haben, wenn sich im toten Winkel ein Radfahrer befindet? Soll das automatisch abbremsen, wenn das Fahrzeug davor quasi zu nahe kommt? Das sind alles Entscheidungen, was das System können soll und die kann ich auch erst abtesten, wenn ich das komplette Fahrzeug baue. Ich kann quasi nicht gucken, ob zwei Steuergeräte ermöglichen, dass ich im Seitenspiegel erkenne, ob da ein Fahrradfahrer ist, weil das kann ich eben erst mit dem gesamten Fahrzeug testen. Gut, und jetzt kommt die letzte Testphase, und zwar das sogenannte Acceptance-Testing und die ist insbesondere wichtig, wenn ich Software entwickle und die rausgebe an andere, dass es einen Kunden gibt und der Kunde quasi sagt, ist das jetzt die Software so, wie ich die bestellt habe, ja oder nein. Das heißt, man geht die Anforderungen, die man vorher mühselig klein ermittelt hat, in vielen einzelnen Schritten, die geht man Schritt für Schritt durch und guckt, ist das erfüllt, ist das erfüllt, ist das erfüllt. Das heißt, man macht zum Beispiel eine Testfahrt mit dem Fahrzeug und simuliert mal, dass ein Radfahrer in der Nähe ist und guckt, ob der Spiegel die entsprechende Warnung rausgibt oder guckt, ob der Nebelscheinwerfer in der Kurve auch wirklich angeht, würde quasi verschiedene Sachen eben testen. Jetzt ist das so, beim Fahrzeug ist das die Frage, wer macht das dann eigentlich? Das ist teilweise ausgelagert, also es gibt gewisse Testfirmen, die werden dann beauftragt, um komplette Prototypen von Fahrzeugen dann zu testen. Wenn ihr die auf der Straße rumfahren seht, dann soll meist auch das äußere Design des Fahrzeuges noch nicht verraten werden, deswegen haben die meist so ein schwarz-weißes Muster außen drauf. Wenn das so frühe Prototypen sind, die quasi so ein, zwei Jahre vor Markteinführung irgendwo rumfahren, dann haben die ein schwarz-weißes Muster, damit man die Form nicht erkennen kann. Gut, also das ist Acceptance-Testing und das wäre jetzt zum Beispiel beim Verteidigungsministerium, die würden eben Software beauftragen und an der Stelle gucken sie eben alle Anforderungen durch und gucken, sind die erfüllt oder nicht. Gut, das heißt, das sind alles Testphasen und jetzt können wir gucken, woher kommen immer die Testfälle? Na, die kommen aus der entsprechenden, passenden Phase. Die Anforderungen geben mir vor, was muss ich beim Acceptance-Testing testen, die Systemmodellierung gibt vor, was muss ich beim System testen, testen und so weiter. Gut, das heißt, wir haben jetzt vier Teststadien und das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Wir erklären jetzt nicht alle möglichen Unterschiede von allen V-Modellen im Detail, sondern das V-Modell als solches reicht uns jetzt hier, um quasi zu verstehen, was ist da jetzt besonders und wir sehen vor allen Dingen, dass die Architektur und Softwareentwurf war zum Beispiel vorher zusammen und das ist eben eher so, ich habe größere Teile der Software, vielleicht eine Bibliothek, die kann ich ja einmal entwickeln für verschiedene Fahrzeuge. Das ist eine Architekturentscheidung wohingegen oder ob ein Fahrzeug zum Beispiel mit dem Internet verbunden sein soll, ist eine Architekturentscheidung und dann kann ich eben überlegen, wie der genaue Softwareentwurf im Kleinen dann aussieht. Gut, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen näher reingucken. Wir haben diese vier Teststufen und die sind quasi neu. Das ist auch nochmal eine Ergänzung zu unserer Testvorlesung, die wir schon hatten, wo wir ja hauptsächlich über so Unit-Tests bisher gesprochen hatten, zumindest anhand von den Beispielen. Da hatten wir die Modul-Methode zum Beispiel uns angesehen und jetzt wollen wir noch mal gucken, was sind das eigentlich? Also Unit-Testing auf Deutsch, Komponententest. Jede Komponente wird unabhängig voneinander getestet. Das heißt, ich kann eine Komponente, Motorsteuergerät, entwickeln und die wird jetzt getestet, unabhängig von anderen Sachen. Dann wird das Motorsteuergerät an einen Motor angeschlossen und es wird geguckt, ob das Ganze funktioniert. Vielleicht werden auch Teile simuliert. Es gibt Komponenten, die brauchen eben andere Komponenten, dann würde man für die anderen Komponenten so eine Art Simulation schreiben, damit man die Komponenten auch schon einzeln testen kann. Jetzt ist die Frage, was ist diese Einheit, was ist so eine Komponente? Das kann jetzt eben, wenn wir jetzt an Java denken, kann das ein Package sein, das kann eine Klasse sein, das kann sogar eine Methode sein. In den meisten Fällen redet man über eher so etwas wie mehrere solcher Pakete, die zusammen eine Komponente bilden. Woher kommen die Testfälle? Die Testfälle kommen typischerweise von den Entwicklern selbst, also die, die die Komponente programmieren, die würden quasi auch die Testfälle mitschreiben und hier ist Automatisierung sehr häufig. Also Stichwort J-Unit, ich kann jederzeit automatisiert die Testfälle ausführen und kann dann gucken, ob es weiterhin durchläuft. Jetzt haben wir Integrationstest, hatte ich schon gesagt, mehrere Komponenten werden verbunden und es wird geguckt, ob die zusammen funktionieren. Das heißt, die werden als Subsysteme getestet, nicht zwingend das Gesamtsystem. Gesamtsystem kommen wir gleich noch drauf bei der dritten Teststufe. Was wollen wir da herausfinden? Zum Beispiel Inkonsistenzen in Schnittstellen. Es gab zum Beispiel mal eine Trägerrakete, mit der Forschungsexperimente quasi ins All geschossen werden sollten und Satelliten ins All geschossen werden sollten. Das ist bekannt als Ariane-5-Rakete. Habt ihr von der schon was gehört? Okay, so eins, zwei. Die hat sich selbst zerstört nach einfach einer gewissen Anzahl von Kilometern oder vielleicht sogar weniger als ein Kilometer von dem Flug. Die ist nämlich von der Bahn abgekommen und wenn die zu stark von der Bahn abkommt, dann gibt es einen Selbstzerstörungsmechanismus, der soll verhindern, dass die irgendwo auf die Erde kracht und irgendwen verletzt. Und das würde man bei einer bemannten Rakete wahrscheinlich nicht machen, weil dann würde man ja auch die gefährden, die da drin sitzen. Aber das war eine unbemannte Rakete und die hat sich eben selbst zerstört. Warum hat die sich zerstört? Weil ein paar Softwareentwickler mit dem metrischen System gerechnet haben und ein paar, wie heißt das andere System, was bei den Amis ist? Ich habe Imperische verstanden, aber... Imperial, gut, okay. Das zweite System, die Einheiten, Kilometer pro Stunde und Meilen. So, dann sind es halt zwei Werte, die aufeinander klaffen und plötzlich gab es einen Wert, der quasi einfach zu hoch wurde, der quasi nicht zueinander gepasst hat und deswegen hat sich die Rakete quasi, nachher ist sie vom Kurs abgekommen und das ist eben eine Sache, die ist relativ schwer zu finden, die sollten wir versuchen zu finden mit Integration Testing, indem man quasi verschiedene Sachen einfach zusammen schon mal testet, aber manche Sachen kriegt man halt auch erst raus, wenn man die Rakete wirklich abschießt und einfach guckt, ob es funktioniert. Deswegen, vor kurzem gab es wieder gerade so ein Kontrollzentrum, wo sich ganz viele Leute ganz hektisch gefreut haben, als es geklappt hat und der Staat quasi gelückt ist, weil da schon das meiste schief gehen kann oder auch wenn der Satellit irgendwie im All positioniert wird. Das ist deswegen der Fall, weil man nicht alles vorher testen kann. Manche Tests gehen eben erst wirklich mit den realen Bedingungen. Tatsächlich gab es noch ein anderes Problem, bei der Ariane 5, nämlich da wurde Software verwendet von der Ariane 4 und was war das Problem? Die Ariane 5 konnte ein höheres Gewicht transportieren. Und es gab einfach einen Wert, wo es einen Überlauf gab plötzlich von den Werten und deswegen gab es eben einen Wert, der dann eigentlich hätte größer sein sollen, gab es einen Überlauf, der wurde dann zu klein und dann sind die Berechnungen falsch gelaufen. Also auch das kann passieren, nicht alles können wir quasi vorher absichern und deswegen auch diese entsprechende Freude von diesen Kontrollzentren, wenn es dann klappt. Wir versuchen aber möglichst viel an der Stelle zu finden, insbesondere so Inkonsistenzen zwischen irgendwie Schnittstellen, zwischen Komponenten und hier können wir eben überlegen, nehmen wir uns kleine Teile und bauen die zusammen zu etwas Größerem, zu immer größeren Subsystemen beim Testen oder nehmen wir uns irgendwie etwas Großes und lassen einzelne Teile raus und überlegen wir uns, wie wir die vielleicht ersetzen können, weil eben nicht alles zur Verfügung steht beim Integrationstesten. Systemtesten, wie gesagt, ist relativ schwer bei einer Rakete, ist relativ gut möglich bei einem Fahrzeug. Beim Fahrzeug, das kann ich einmal komplett zusammenbauen, kann alle Komponenten reinpacken und kann dann gucken, ob es fährt. Was hier eben passiert ist, das System wird jetzt entgegen oder zu den Anforderungen quasi getestet und dann haben wir eben noch den Abnahmetest, was quasi so die finale Teststufe ist und idealerweise möchte man bei Abnahmetest eigentlich gar keine oder fast gar keine Fehler mehr finden. Und hier ist es jetzt ähnlich wie mit den Fehlern, die wir bei der Entwicklung im Wasserfallmodell machen können. Je früher wir diese Fehler finden, desto weniger kostspielig sind die. Das heißt, ich möchte möglichst viele Fehler mit dem Unit-Testing finden. Ein paar Fehler dann noch mit dem Integration-Test, nahezu gar keine mit dem System-Testen und möglichst alles sollte reibungslos laufen mit dem Acceptance-Testing. In der Praxis muss das nicht immer so aussehen, aber ein Fehler im Acceptance-Testing ist deutlich teurer, als wenn ich den eben schon früher feststelle. Gut, auch das V-Modell hat Vor- und Nachteile und ihr sollt ja wiederum als Erinnerung mit den verschiedenen Modellen auseinandersetzen, um auch eine Entscheidung treffen zu können für irgendeine Situation, welches ist besser. Die Vorteile von dem V-Modell sind insbesondere, dass die Qualitätssicherung schon mal explizit drin ist in diesem Modell. Das sind nicht nur eine Stufe und macht einfach, was ihr denkt, oder eben zwei Stufen, wie im Wasserfallmodell, sondern es sind explizite Teststufen und das hilft insbesondere, nicht irgendeine Teststufe zu vergessen. In der Praxis wird inzwischen häufig Unit-Testing gemacht und es passiert auch notwendigerweise der Akzeptanz-Test, aber es kann eben durchaus sein, dass man gerade in kleineren Projekten eben Integration-Testing und System-Testing vielleicht vergisst, wenn man eben nicht nach dem V-Modell arbeitet. Wenn man nach dem V-Modell arbeitet, muss man ein Dokument schreiben und sagen, so und so liefen die Tests in dieser Phase, dann würde es also spätestens auffallen, wenn es gar keine Tests gab. Gut, wir sind also relativ vollständig und insbesondere die Erweiterungen des V-Modells 97 oder XT, die sind eben weit anwendbar, eben auch auf Hardware-Entwicklung mit oder inkrementelle Entwicklungen, wo ich in verschiedenen Schritten vielleicht mit einzelnen Prototypen arbeite und später zu einer größeren Software. Was sind also jetzt Beispiel-Domänen? Naja, alles das, was von der Deutschen oder von Ländern, vom Bund und so weiter, was da beauftragt wird an Software, muss nach dem V-Modell entwickelt werden. Das betrifft also nicht nur die Bundeswehr, sondern betrifft auch alles, was wir mit öffentlichen Steuergeldern finanzieren, alles, was in Richtung Digitalisierung passiert, wird dann häufig nach dem V-Modell XT da entwickelt und das V-Modell XT ist da eben verpflichtend, auch seit 2004, seitdem es das gibt. Gut, und auch hier sind so Beispiel-Domänen eigentlich relativ ähnlich wie beim Wasserfall-Modell, eingebettete Systeme, kritische oder große Software-Systeme. Was gibt es für Nachteile? Es ist relativ komplex, es ist ein relativ intensiver Prozess, insbesondere, dass wir es so adaptieren können, dass wir sagen können, und das, wo wir hier in der Vorlesung nicht so drauf eingehen, was bedeutet dieses XT, da gibt es quasi große Dokumente, die das beschreiben, wo man erstmal ein Dokument aufsetzt, wie überhaupt das Vorgehensmodell aussieht, ist nicht einfach so, dass man sagt, ich nehme jetzt das Wasserfall-Modell, sondern man muss hier sagen, wir nehmen das V-Modell XT und wir wenden folgende Adaptionen an, so und so ist bei uns die Teamgröße, so und so entwickeln wir inkrementell, so und so wird die Hardware mit involviert. Das ist also alles, was bevor man überhaupt über Anforderungen nachdenkt. Dieser Overhead, die quasi die Zusatzkosten, die machen dann eben nur Sinn, wenn ich irgendwie ein hinreichend großes Projekt habe und insbesondere wie beim Wasserfall-Modell sind hier Änderungen und Anforderungen relativ problematisch, weil ich eben relativ viele Schritte wieder zurückgehen muss und die Kosten entsprechend noch höher sind. Gut, das heißt, wir haben neben dem V-Modell jetzt eigentlich auch noch Teststufen kennenlernen, nämlich die vier Teststufen, Komponententest, Integrationstest, Systemtest und Akzeptanztest. Ihr solltet jetzt mal überlegen, für eine, also jeder erstmal für sich, für eine dieser Testphasen, was wäre ein Beispiel von einem Fehler, der an der Stelle gefunden werden kann in dieser Testphase und dann solltet ihr zusammen mal überlegen für eure Beispiele, ihr habt ja dann so zwei, drei Beispiele, mindestens pro Gruppe, für diese Beispiele, was würde es bedeuten, könnte man die vielleicht schon in früheren Testphasen finden, was würde es bedeuten, könnte man Kosten einsparen oder was würde passieren, wenn man sie erst in späteren Testphasen findet. Gibt es Fragen zu der interaktiven Aufgabe? Gut, und wie immer gilt, ihr könnt euch auch jetzt wieder zwischendurch melden, wenn ihr da noch Fragen habt, wir kommen gerne wieder rum und diskutieren bei euch mit. Dann viel Spaß. Gut, dann machen wir weiter mit dem letzten Modell und ich habe mir das Beste zum Schluss aufgehoben, das ist nämlich das Modell, nach dem man heute irgendwie wahrscheinlich mehr als 95% der Software entwickelt, was sich quasi so in den letzten, sag mal so 10, 15 Jahren durchgesetzt hat und interessanterweise auch nicht von, ja, nicht wie das Wasserfallmodell von irgendwie einem Forscher, der Erfahrungswerte aufgeschrieben hat, kam, sondern sich eigentlich eher aus der Praxis entwickelt hat und dann hat man danach versucht, irgendwie so die Konzepte, was war so dahinter, was steht dahinter, was macht alles dieses Modell aus, was in der Praxis eben viel eingesetzt wird. Das hilft euch natürlich insbesondere, weil ihr praktisch einfach mit diesem Modell auch viel zu tun haben werdet später in der Praxis, weil das auch nicht so schnell jetzt quasi aussterben wird. Ich möchte allerdings beginnen und euch auch so ein bisschen die Anfänge davon aufzeigen und so ein bisschen zeigen, wo das eigentlich herkam. Also erstmal gab es die agile Bewegung und da reden wir jetzt nicht von, Development meint hier nicht, nicht zwingend, dass wir Software entwickeln, sondern eigentlich eher, es gab eine Bewegung unter Softwareentwicklern oder Personen, die irgendwie mit der Softwareentwicklung zu tun hatten, die überlegt haben, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas funktioniert nicht gut. Also tatsächlich haben wir viele, Geschäftsbereiche, die global operieren, in sich ständig ändernden Umgebungen. Und je mehr wir von unserer Welt in Software gießen und je schneller sich unsere Welt dreht, also de facto einfach neue Sachen, die immer wieder irgendwo entwickelt werden, irgendwelche Änderungen, die sich irgendwo ergeben, dann müssen wir die ja mal auch alle in Software umsetzen. Das heißt, Software ist kritisch dafür, wie schnell eigentlich Fortschritt passieren kann. So, das heißt, wenn alles Mögliche, und wir reden jetzt über Industrie 4.0 und wir reden über Digitalisierung, aber streng genommen ist das alles nichts Neues, wir setzen einfach immer mehr, was es vorher schon gab, in Software um. Und das heißt, die Software muss so schnell wie möglich entwickelt werden können, weil umso schneller können wir reagieren auf eine geänderte Umgebung. Das ist zum Beispiel nicht denkbar, es kommt ein neues Betriebssystem raus und es dauert dann erst Wochen und Monate, bis es die ersten Apps darauf gibt. Dann würde quasi niemand das Betriebssystem nutzen können. So, das heißt, wir müssen halt in dem Zeitpunkt, wo das Betriebssystem rauskommt, müssen eben alle Apps schon portiert sein, die müssen eben dann schon alle darauf funktionieren. Oder es gibt eben eine neue Browser-Version, da müssen eben die Webseiten dafür funktionieren. Was wir typischerweise nicht machen können, ist einfach alle Anforderungen aufzulisten und die bleiben dann stabil, sondern mit sich immer ändernden Sachen können wir quasi auch nicht absehen, was sich alles ändern wird. Also zum Beispiel beschließen wir in der EU irgendwelche Dinge, die in der Zukunft gelten sollen. Ich hatte schon mal das Beispiel mit diesen USB-C-Adaptern, die uns vielleicht irgendwelche blöden Adapter ersparen. Allerdings auch irgendwelche Standards, wie das zum Beispiel Fahrzeuge funken müssen, dass die mit dem Internet verbunden sein müssen. Das ist gesetzlich geregelt in der EU und das dient eben dazu, dass wenn ein Fahrzeug einen Unfall baut, das selbst erkennt, dass dann eben sofort Rettungskräfte informiert werden. So, das war die ursprüngliche Intention, was da mit einherkommt. Fahrzeuge, die mit dem Internet verbunden sind, müssen auch gesichert werden. Das heißt, die brauchen jetzt häufiger Software-Updates als vielleicht ab und zu mal in der Werkstatt, wenn der Kunde das gar nicht mitbekommt. So, das heißt, wir haben, es gibt keine vollständigen Anforderungen. Wir müssen auf neue Gesetzeslagen reagieren, wie jetzt zum Beispiel das Beispiel mit der EU, mit neuen Verordnungen. Wir müssen aber auch einfach auf neue Entwicklungen hinarbeiten. Es gab irgendwann mal, ich glaube auch von der EU geregelt, dass zum Beispiel jeder Dialog, der das Geschlecht abfragt, muss ein drittes Geschlecht anbieten. Ihr könnt euch gerne umsehen im Internet. Es gibt immer noch viele Dialoge. Wir waren irgendwann Skifahren mit den Kindern und dann musste man für das Kind das Geschlecht angeben und man hätte kein drittes Geschlecht angeben können, einfach weil die da noch nicht waren. Die können dafür verklagt werden, ist okay, aber im Prinzip, es müssen ganz viele Sachen in der Software quasi passieren, entsprechend neuer Gesetzesinitiativen und ähnlichem. Gut, das ist jetzt aber nur eine Sache. Eine andere Sache ist, dass es halt ständig irgendwie Neuentwicklungen gibt, was weiß ich, es gibt wieder irgendwie neuen Google-Service, der erlaubt irgendwie, meinen Kalender irgendwo zu integrieren und dann müssen eben alle Apps irgendwie mitziehen und müssen auch diesen Kalender integrieren. Gut, was jetzt relativ schwierig ist, wenn wir uns das Wasserfallmodell angucken, ist, es gibt so einen langen Prozess von ich überlege mir Anforderungen bis hin zum fertigen Produkt und sehr wahrscheinlich ist es so, mit einer Welt, die sich immer schneller dreht, um bei dieser Analogie zu bleiben, ist es einfach so, dass die Anforderungen völlig veraltet sind, wenn ich dann das Produkt fertig habe. Wenn ich das jetzt so einen Entwicklungszyklus habe von vielleicht einem Vierteljahr mit dem Wasserfallmodell oder einem halben Jahr oder eben zwei Jahren, dann ist es ja wahrscheinlich so, dass sich die Anforderungen schon wieder völlig geändert haben. Das möchte man irgendwie vermeiden. Diese agilen Entwicklungsmethoden, die sind bekannt seit den späten 1990er Jahren und da ging es eben darum, dass diese Phasen, die wir uns eigentlich so schön lehrbuchartig vorstellen, dass der Entwurf und Implementierung und überhaupt mal die Spezifikation von dem System, das heißt Anforderungen und Systemmodellierung, dass das alles unabhängig voneinander laufen kann. Das passiert eigentlich nicht. In der Praxis ist das verwoben. Ein Beispiel, was wir später auch noch sehen werden, ist, dass ich, wenn ich mir überlege, es gibt ein kleines Server-Modell, dann hat das eben damit zu tun oder dann hängt das eigentlich schon eng mit den Anforderungen zusammen. Sobald ich das überlege, es soll eine App geben oder es soll eine Webseite geben, allein diese Designentscheidung führt wieder dazu, dass ich Anforderungen anders aufschreiben muss und über diese App reden muss. Die Überlegung bei den agilen Methoden ist, dass wir jedes Inkrement nur festlegen und das auch wieder von Endanwendern evaluieren lassen. Das heißt, ich überlege mir in kleinen Entwicklungsschritten, was kann ich jetzt irgendwie erreichen, was kann ich in den nächsten paar Wochen erreichen und dann setze ich dieses kleine Inkrement um und lasse das am Ende quasi absegnen. Und tatsächlich, was sozusagen diese agilen Methoden auch mitgebracht haben, ist, dass man einfach Werkzeuge, die da sind, dass man die einfach benutzt. Das heißt, dass man nicht einfach in einem reinen Texteditor Programme editiert, sondern dass man eine IDE benutzt, dass man in der IDE viele Sachen, die ihr auch schon teilweise benutzt habt, im Praktikum wie ein Refactoring, automatische Codeformatierung und ähnliches, dass man das einfach benutzt, um eben schneller entwickeln zu können und dann auch schneller produktiv Software wieder erzeugen zu können. So, und wie soll das anders sein? Da treffen sich irgendwie 17 Experten zum Skifahren und die treffen sich in der Skihütte und nebenbei haben die abends immer noch ein bisschen gesprochen, damit die das Ganze abrechnen können wahrscheinlich oder so, dass es nicht komplett nur Vergnügen ist. Das heißt, da haben sich Personen, sowohl Forscher als auch Praktiker, die quasi relativ eng mit der Softwareentwicklung zu tun haben, die da schon eine gewisse Erfahrung haben, erkennt man jetzt auf dem Bild nicht so, aber die meisten von denen hatten schon graue Haare zu dem Zeitpunkt, die haben sich eben getroffen und haben überlegt, was ist eigentlich der Kern von all dem, was in den letzten Jahren passiert ist, das war jetzt Anfang der 2000er Jahre und wie gesagt Ende der 90er Jahre haben die Personen alle angefangen und haben über verschiedene agile Methoden nachgedacht. und die haben am Ende dieses Skiausflugs ein Dokument geschrieben, das nennt sich Manifesto und das kann man heute noch nachlesen, dann haben sie noch eine Webseite gebaut und da findet man das und das lasse ich euch kurz lesen und dann werden wir das im Detail besprechen. Gut, also der erste Satz ist schon mal interessant, das heißt, die haben alle Erfahrungen gesammelt mit der Softwareentwicklung und haben sich überlegt, wie können sie andere unterstützen, auch gute Software zu entwickeln, wie können sie selbst ihre Erfahrungen weitergeben. So, und jeder von denen hat an irgendwelchen konkreten agilen Methoden erarbeitet, auch schon davor, aber die haben überlegt, was ist eigentlich, was haben die alle gemeinsam, diese Techniken. Und dann sind sie bei dem herausgekommen, dass es quasi so diese vier Kriterien gibt, wo wir sagen, Individuen, also die Entwickler, die Tester, die sind wichtiger als irgendwelche Prozesse und Werkzeuge. Im Zweifelsfall muss man andere Werkzeuge entwickeln, damit die besser arbeiten können, aber wichtig ist quasi, welche Individuen habe ich, welche Programmierer gibt es, welche Tester gibt es und wie interagieren die miteinander. Der zweite Punkt, dass die Software funktioniert, ist wichtiger, als dass ich eine vollständige Dokumentation habe. Denn was nützt mir eine vollständige Dokumentation von, wir hatten eben das Beispiel mit OneNote, wenn das OneNote einfach alle drei Sekunden abstürzt, dann kann ich damit auch nichts machen. Das heißt nicht, dass ich überhaupt keine Dokumentation schreiben sollte, sondern das heißt, wenn ich eine Software habe und die funktioniert gut, dann kann ich vielleicht auch mit weniger Dokumentation leben, wobei es sowieso die Frage ist, wie viele Endanwender tatsächlich in Dokumentationen blättern und da was nachgucken. Die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als in dem Vertrag am Anfang alles bis ins Detail zu regeln, was passieren soll. Das ist nämlich ein Problem von dem Wasserfallmodell, dass man irgendwie am Anfang legt man was fest und dann entwickelt man das und dann stellt man aber im Laufe der Zeit fest, Stichwort Schaukel, vielleicht war das doch nicht ganz so gedacht, vielleicht wusste auch der Kunde noch gar nicht so genau, was er eigentlich haben will und der hat das erst in diesem Prozess gelernt und dann ist es eben wichtiger, dass man mit dem Kunden zusammen überlegt, was ist eigentlich das, was man braucht, als dass man genau diesen Vertrag erfüllt und zwar muss man diesen Vertrag eben anpassen und was wir heute eigentlich an vielen Stellen sehen, ist, dass Softwarefirmen nicht mehr in Beauftrag werden mit, hier ist ein großes, langes Dokument mit Anforderungen und in einem Jahr sehen wir uns wieder und dann wollen wir die Software sehen, sondern die beauftragende Firma, dass die Software entwickelt. Die beauftragen ein Team und das Team wird pro Monat bezahlt und wenn die unzufrieden sind, dann kündigen sie ja halt einfach und dann kann das Team eben nicht mehr daran weiterarbeiten. Ja, das heißt, der Vertrag ändert sich von, klar legt man schon noch grob fest, was da passieren soll, aber eher in, hier wird eine App entwickelt und nicht, diese App hat rechts unten einen Button und links oben einen Button und hat hier ein Menü und so weiter, das legt man eben noch nicht alles fest und kann eben dann leicht auf Änderungen reagieren. Gut, und das ist tatsächlich auch der letzte Punkt, nämlich, dass man sich darauf einstellt, auf Änderungen zu reagieren. Das Wasserfallmodell ist das komplette Gegenteil davon. Man gießt in Stein, in irgendwelche Dokumente gießt man, was man alles implementieren möchte, man geht in jeder Phase, wird das quasi weiter detailliert und am Ende stellt man quasi bei einem Akzeptanztest vor, dass man vielleicht das falsche System gebaut hat und hier würde man quasi schon viel eher darauf reagieren, viel öfter ein einzelnes Produkt oder ein Prototypen erzeugen. Gut, jetzt gibt es Prinzipien und zwar zwölf Prinzipien, die quasi hinter diesem Manifesto stehen. Das ist quasi so eine Art Kurzfassung davon und damit das funktioniert, gibt es quasi zwölf Prinzipien, die man einhalten sollte. Und das gilt wiederum für jede Akile-Methode, auch für Scrum, die wir nachher etwas mehr im Detail besprechen. Die höchste Priorität ist, den Kunden glücklich zu machen. Die höchste Priorität ist also nicht, den Vertrag zu erfüllen, sondern den Kunden glücklich zu machen. Der Kunde soll nachher mit der Software arbeiten und wir wollen nicht einfach dem Plan folgen, weil dann beauftragt er uns das nächste Mal nicht mehr, sondern der soll uns natürlich auch für den nächsten Monat wieder beauftragen. Allein dieses quasi, die Art und Weise, wie Beauftragung funktioniert, wird eben geändert. Und der Kunde ist natürlich dann glücklich, wenn er möglichst früh Zwischenstände sehen kann, wenn er quasi den Wert der Software auch vielleicht schon Teile der Software einsetzen kann und die schon Wert bringen. Gut, das zweite Prinzip ist, dass wir Änderungen willkommen heißen müssen. Änderungen sind tatsächlich relativ nervig, wenn ihr euch vorstellt, ihr entwickelt jetzt irgendwas und wir hatten auch ein paar Ideen für das Praktikum, da Änderungen einzubauen, aber es ist ein bisschen schwierig, so viel entwickelt ihr ja da noch nicht und ihr habt auch noch nicht so viel Erfahrung. Aber theoretisch hätten wir das auch machen können, dass wir sagen, ja jetzt habt ihr das entwickelt, jetzt schmeißt ihr das weg und jetzt entwickelt ihr was anderes. Das ist tatsächlich ziemlich nah dran an dem, was in der Praxis passiert. Ja, da habt ihr zwei Wochen entwickelt und am Ende stellt man fest, nee, das war nicht sinnvoll, das machen wir nicht mehr, wir machen das anders. Und das ist aber wichtiger, an der Stelle die Reißleine zu ziehen, als zu sagen, ja, aber der Kot ist so schön und da ist so viel Zeit rein geflossen, wir wollen das quasi weiter betreiben, dann ist es an der Stelle vielleicht lieber den Plan ändern, sich auf ändernde Anforderungen quasi einstellen und das heißt eben auch mal Code wegwerfen. Gut, funktionierende Software häufig ausliefern und was heißt jetzt häufig und das kommt ein bisschen auf die Technik an, da gibt es verschiedene Techniken, wenn wir nachher eine konkretere Zahl noch sehen, das kann sowas wie Wochen oder Monate bedeuten und es geht eben nicht mehr zu Jahren und teilweise heißt es inzwischen auch mehrmals täglich. Es gibt viel Software, wo ihr mehrmals täglich irgendwelche Updates bekommt, ihr kriegt es halt gar nicht mit, ihr seid auf irgendeiner Webseite unterwegs und die Webseite kriegt im Hintergrund ein Update und dann arbeitet ihr quasi auf einer neuen Version der Webseite. Gut, in den Projekten müssen verschiedene Leute zusammenarbeiten, aber insbesondere die Leute, die für wirtschaftliche, für Managemententscheidungen zuständig sind und die Entwickler und die müssen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Die müssen täglich zusammenarbeiten, es kann nicht sein, dass die sich quasi trennen und die Entwickler jetzt einfach mal für ein halbes Jahr programmieren und danach stellt man fest, wo die Zeit hingeflossen ist, sondern die müssen quasi sich öfter wieder treffen zwischendurch und im besten Fall irgendwie täglich miteinander kommunizieren. Gut, vieles vom Software Engineering ist so die magische Frage, wie kommen wir eigentlich zu guter, günstiger Software, die erfolgreich ist. Und eine der Sachen, die man quasi da gelernt hat oder die man dem AGI-Manifesto nachlesen kann, ist, was man vor allem braucht, sind motivierte Mitarbeitende. Wenn motivierte Mitarbeitende da sind, die eine gute Arbeitsumgebung haben, wo sie sagen, das macht Spaß, da zu entwickeln, es macht Spaß, das System zu testen, es macht Spaß, das weiterzuentwickeln, dann wird es quasi auch besser funktionieren, dann werden die Softwareprojekte auch erfolgreich. Und da gibt es eine Reihe von Sachen, die sich daraus ergeben, zum Beispiel waren die beim AGI-Manifesto relativ früh Verfechter von 40-Stunden-Wochen oder sogar kürzeren Konzepten, das, was wir heute relativ viel diskutieren in Deutschland, dass wir überall die Wochenarbeitszeit verkürzen wollen, das ist da tatsächlich Anfang der 2000er schon diskutiert worden, weil ein Entwickler, der über 80 Stunden die Woche arbeitet, der wird wahrscheinlich nicht mehr irgendwann motiviert sein und glücklich in seinem Job. Gut, und wenn wir irgendwie kommunizieren innerhalb von einem Team, dann sollte es über persönliche Kommunikation passieren, von Angesicht zu Angesicht, das hat sich tatsächlich ein bisschen gedreht, ich meine Anfang der 2000er hat keiner irgendwie die Corona-Pandemie kommen sehen und keiner gesehen, dass man so viel verteilt arbeitet, dass man so viel im Homeoffice arbeitet, aber selbst da möchte man die Personen sehen, man möchte mit ihnen sprechen und nicht alles immer nur schriftlich machen. Das heißt nicht, dass man nichts schriftlich macht, aber das heißt, dass eben viel der Kommunikation im Team sollte eben von Mensch zu Mensch passieren. Gut, und wenn wir jetzt gucken wollen, wie gut kommen wir eigentlich voran, wenn der Manager gucken will, wie gut kommen wir voran, dann wird es gemessen an der funktionierenden Software. Also ob die Software funktioniert, wie gut sie funktioniert, an der wird quasi primär gemessen der Erfolg der Softwareentwicklung. So, und eine nachhaltige Entwicklung, nachhaltig nicht im Sinne von nachhaltig für die Umwelt, sondern nachhaltig für das Team, bedeutet, dass wir, so wie das Team jetzt gerade entwickelt, kann das auch Jahre, Jahrzehnte weiterentwickeln. Und das ist halt das Gegenteil von, wir machen jetzt eine 80-Stunden-Woche, dann sind wir schneller fertig, dann haben wir einen höheren Profit, sondern das ist eben, nein, es gibt eine 30- bis 40-Stunden-Woche und es gibt natürlich auch Urlaub und man ist auch mal krank und dann gibt es eben Sachen, die eben nicht in dem Zeitrahmen fertig werden und auch das kann eben okay sein, dass es eben einen Plan gibt, man hat sich was vorgenommen, man muss sich aber auch eingestehen, dass man vielleicht in einem bestimmten Monat mal nicht ganz so viel schafft. Das erinnert mich daran, dass es im Linux-Körnel, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt hatte, kann man nachgucken, wie viele Commits es da pro Woche gibt. Und da gibt es typischerweise in so Mitte Dezember gibt es einen Peak, wo die Leute irgendwie noch Sachen fertig haben wollen vor Weihnachten. was so ein Indiz ist und danach fällt es erstmal ab irgendwie über Weihnachten, dass dann doch viele Personen dann irgendwie so eine Pause da machen wollen und es nützt nichts, das irgendwie zu erzwingen und zu sagen, wir müssen jede Woche so und so viele Commits haben oder wir müssen jede Woche so und so viel entwickeln, sondern dann muss man einfach damit leben oder es gibt vielleicht im Sommer irgendwie eine Pause, wo weniger passiert. Gut, ansonsten, wir brauchen technische Exzellenz, es braucht Personen, die sich damit auskennen, was sie da machen, da brauchen wir kontinuierlich irgendwie Aufmerksamkeit drauf, wir brauchen irgendwie gutes Design und da haben wir eben auch schon über gutes Design im Kleinen, über Refactoring gesprochen, Smells erkennen und Ähnliches, das kommt eben tatsächlich, hat es die Wurzeln in diesem agilen Manifesto oder der agilen Entwicklung. Gut, und auch das haben wir schon als Prinzip vorher mal gehört, Simplicity, the art of maximizing the amount of work not done is essential. Also das Ziel ist nicht einfach, möglichst vier Lines of Code pro Tag zu produzieren, sondern das Ziel ist eigentlich mit möglichst wenig Aufwand was zu produzieren, was aber schon funktioniert. Und wenn dann irgendwas noch nicht so gut funktioniert, dann baut man eben dafür noch bessere Lösungen danach. Ja, und wenn wir uns überlegen, was sind jetzt eigentlich gute Architekturen, kleinen Server als ein Beispiel, was sind gute Anforderungen, was sind gute Entwürfe, dann hören wir einfach auf die Teams selbst. Das sollen die Teams selbst entscheiden, es gibt ein Team, das Team ist verantwortlich für seinen Source Code, das Team muss mit dem Source Code leben und wir drücken nicht von oben irgendeinen Entwurf auf und sagen, es muss immer dieser Entwurf sein in allen Teams in unserem Konzern, sondern das Team selbst soll diesen Entwurf und die Anforderungen quasi mit ermitteln und festhalten. So, und jetzt gibt es mehrere Arten von Treffen. Wir haben schon festgestellt, die sollten sich irgendwie in Person treffen, die sollten sich zumindest mal sehen, wenn sie jetzt eine Videokonferenz machen, aber das Team sollte sich nicht nur täglich treffen und über seine Arbeit sprechen, das sollte sich auch in regelmäßigen Abstand, vielleicht einmal im Monat, zusammensetzen und überlegen, wie könnte das Team noch produktiver arbeiten, wie könnten sie noch glücklicher sein beim Programmieren, wie könnten sie noch mehr erreichen, indem sie zum Beispiel überlegen, auf eine neue Programmiersprache zu wechseln, indem sie überlegen, an Schulungen teilzunehmen, Aufgaben anders zu verteilen oder ähnliches. Das Team soll selbst reflektieren, wie kann es gut arbeiten, was sollte es in der Zukunft irgendwie ändern, um noch effektiver arbeiten zu können. Und das sollte eben nicht der Manager machen, der von oben drauf guckt und dann sagt, ja, aber du hast hier nur drei Zeilen Code geschrieben in der Woche, das reicht nicht, sondern das sollte eben innerhalb vom Team passieren und die Metriken dafür sind eben auch relativ schwierig festzulegen. Gut, gibt es Fragen zum agieren Manifestum? Sonst werden wir jetzt zu der konkreten Technik kommen. Gut, wen es interessiert, da könnt ihr mehr zu lesen und wenn ihr nach den Personen guckt, dann findet ihr auch noch mehr solcher Techniken. Wir besprechen eben hier heute nur eine, weil das eben die ist, die sich in der Praxis durchgesetzt hat. Diese Technik heißt Scrum und eine zentrale Einheit da drin sind sogenannte User Stories. Was ist so eine User Story? Eine User Story, manchmal auch Story Card, wenn man das früher irgendwie ausgedruckt hat auf seine Karte und an ein Whiteboard gepinnt hat oder an eine Wand und dann hat man so eine nette Übersicht, was ist so alles passiert. Heute macht man das meist digital und dann heißt es eben User Story. Die Idee ist, dass wir aus Sicht von einem Nutzer aufschreiben, was an dem System verändert werden soll. Da kann ich zum Beispiel aufschreiben, in dem System soll es einen neuen Button geben und der soll in dem Taschenrechner alle Werte zurücksetzen. Das heißt, aus Sicht des Nutzers ist das auch überprüfbar, weil der Nutzer kann es danach starten, der kann diesen Button drücken und kann gucken, ob alles zurückgesetzt ist. Das heißt, aus Sicht des Nutzers, das müssen nicht immer die Endanwender sein, manchmal sind es vielleicht eher technische Details, die man so eine User Story reinschreibt, aber man versucht, dass das möglichst nah am Kunden ist, dass das ein Kunde auch nachvollziehen kann. Ein Kunde kann also gucken, was ist in vier Wochen Entwicklung passiert, welche User Stories wurden da umgesetzt und dann ist es eben auch wichtig, dass es User Stories sind, wo der Endanwender oder der Kunde auch was mit anfangen kann. Gut, diese User Stories werden priorisiert, weil die Idee ist nämlich schon, dass man sich überlegt, was wollen wir jetzt alles umsetzen in den nächsten vier Wochen, was ist am wichtigsten und da kann es durchaus sein, dass der Kunde Präferenzen hat, dass der Kunde sagt, irgendwie bestimmte Sachen sind mir wichtiger als andere Sachen, es ist erstmal wichtiger, dass der Taschenrechner irgendwie noch zusätzliche Operationen hat, damit ich ihn überhaupt nutzen kann, der Reset Button wäre ganz nett, weil da muss ich die Anwendung nicht immer neu starten, aber ich kann die erstmal neu starten. Das heißt, es kann sein, dass da eine Priorisierung vorgenommen wird, sodass das Entwicklerteam dann überlegen kann, zusammen mit dem Kunden, welche von diesen User Stories in welcher Reihenfolge durchgeführt werden. Das heißt, eine Teilmenge von diesen User Stories wird gewählt und für eine gewisse Iteration, also zum Beispiel für die nächsten vier Wochen, wo man sich überlegt, was könnten wir schaffen als Team. Und das hängt viel von der Erfahrung ab. Am Anfang sind die Schätzungen da total schlecht, da wird man sagen, ja, wir schaffen natürlich hier 20 User Stories und dann stellt man fest, oh Mist, in vier Wochen schaffen wir fünf. Und die Schätzungen werden ja aber mit der Zeit genauer. Wenn ich die nächsten vier Wochen dann plane, dann nehme ich mir vielleicht zehn User Stories vor und schaffe vielleicht sieben, weil ich auch besser geworden bin. Und das heißt, die Schätzungen werden genauer und man wird quasi, sozusagen mit jeder Iteration wird man quasi besser in dem, was man tut, aber auch genauer in den Vorhersagen für die Zukunft. Diese User Stories sind insofern interessant, dass sie in vielen agilen Methoden benutzt werden, Extreme Programming und wie sie alle heißen, hier jetzt, wie gesagt, nur der Fokus auf Scrum. Also Scrum ist eine agile Methode, ist die weit verbreitetste Technik heutzutage, die hat keine speziellen Entwicklungstechniken, es gibt ein paar spezielle Entwicklungstechniken, zwei, die wir auch in der Vorlesung hier oder im Praktikum schon mal gehört haben, zumindest am Rande. Das eine, testgetriebene Entwicklung, das ist quasi, ich schreibe erst den Test und dann den Code, das heißt, der Test schlägt erst fehl, dann schreibe ich den passenden Code dazu, dann läuft der Test durch. Das heißt, das hat eine spezielle Art und Weise, wie ich entwickle, dass ich eben zuerst Testcode schreibe und dann den Code, das hat Scrum nicht. Oder eben Pair Programming, was wir hier, wir haben euch vorher nicht im Detail erzählt, wie Pair Programming funktioniert, aber dass ihr das hier einsetzen sollt im Praktikum, dass ihr eben zu zweit an einer Lösung arbeitet, das heißt, in der Praxis, wenn man jetzt in die Technik genauer reinguckt, kann es eben auch heißen, dass es zwei Personen mit einem Computer gibt, die sich die Tastatur hin und her reißen, so nach dem Motto, komm, das kann ich besser, ich nehme die Tastatur, jetzt tippe ich und der andere guckt mit drauf. Pair Programming lebt auch davon, dass man häufige Wechsel macht, also nicht, dass einfach den ganzen Acht-Stunden-Tag der eine programmiert und tippt und der andere sitzt nur daneben und schläft ein, sondern dass es da häufige Wechsel gibt zwischen den Partnern und Pair Programming, vielleicht deswegen auch noch interessant, das mal am Rande zu erwähnen, ist bekannt als eine Technik, die dann erfolgreich ist, wenn die Programmierer noch nicht reif sind für die Aufgaben, die man ihnen stellt. Das heißt, wenn man schwierige Aufgaben hat, das passiert jetzt natürlich naturgemäß, wenn wir euch jetzt hier Aufgaben geben in Java, ihr habt noch nie in Java programmiert, das heißt, deswegen war das auch ein Anreiz, Pair Programming hier einzusetzen. Das passiert aber in der Praxis auch, weil ihr seht, vielleicht habt ihr Motorsteuer-Software bisher entwickelt. Jetzt ist aber alles auf künstliche Intelligenz und jetzt sollt ihr irgendwelche Maschinenmodelle steuern und deren Lernen beobachten und wenn ihr das das erste Mal macht, dann ist das vielleicht erstmal schwieriger oder die vielleicht einbinden in die standardprogrammierte Entwicklung. Gut, das heißt, Pair Programming hat quasi den Einsatzzweck, wenn die Programmierer beide davon profitieren können, dass es einfach ein Vier-Augen-Prinzip gibt, dass eben zwei Personen über die gleiche Sache rufen. Also, interessant bei Scrum, das legt nichts darüber fest, wie das intern funktioniert und deswegen ist das auch so generisch einsetzbar. Pair Programming hat sich nicht so groß durchgesetzt, das wird teilweise eingesetzt in der Praxis, aber nicht so im großen Stil. Test-Driven Development wird teilweise eingesetzt, nach allem, was ich bisher gehört habe, die so die Pader-Brunner Firmen, die hier zum Beispiel im Software Innovation Campus sitzen, von denen setzen, glaube ich, auch nicht so viele Test-Driven Development ein, nach dem, was ich gehört habe, aber Scrum werden sich fast alle einsetzen. Was gibt es in Scrum? In Scrum gibt es einen Product Backlog. Das Product Backlog ist quasi die Liste von allen User-Stories, die bisher bekannt sind, die man bisher geschrieben hat. Das heißt, das wird alles gesammelt und zwar vom Product Owner. Also eine Person aus dem Team wird Product Owner, kommen wir auch gleich noch ein bisschen detaillierter drauf. Und dann gibt es das Sprint Backlog. Das heißt, wir überlegen uns, was soll im nächsten Entwicklungssprint, was soll in der nächsten Entwicklungsphase, in den nächsten zwei bis vier Wochen, was soll da entwickelt werden. Hier in der Abbildung sehen wir irgendwie die Zahl 30 Tage. Das ist hier ein Bild von Wikipedia. Es gibt ansonsten die Zeitspanne von zwei bis vier Wochen. Es gibt also dieses Product Backlog. Wir treffen eine Auswahl für das Sprint Backlog. Wir haben eine 30-Tage-Entwicklung. Danach setzen wir uns wieder zusammen, gucken, was haben wir alles erreicht, welche User-Stories sind abgearbeitet. Und was auf jeden Fall rausfällt, ist wieder ein neues Inkrement der Software. Es gibt wieder einen neuen Stand der Software, wo eben was verändert ist. Zusätzlich zu den Treffen quasi so einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen, diesen Sprint-Treffen, gibt es eben auch noch Treffen einmal alle 24 Stunden, also einmal am Tag. Viele Teams machen das irgendwie um die Mittagszeit rum, vor oder nach dem Mittagessen. Und da trifft man sich einmal und stimmt sich ab zu dem, was aktuell an dem Tag relevant ist. Jeder sagt, was er in den letzten Stunden gemacht hat und was er in den nächsten vorhat. Gut, eine wichtige Technik noch, die im Scrum oft benutzt wird, ist das Burn-Down-Chart. Das heißt, wenn wir uns jetzt vornehmen, zum Beispiel unser Sprint ist drei Wochen lang, 21 Tage, dann kann ich gucken, was habe ich jetzt aktuell mir vorgenommen und dann kann ich gucken, wo müsste ich jetzt eigentlich sein, wie viel dieser Story-Cards, wie viel dieser User-Stories müsste ich jetzt eigentlich schon bearbeitet haben und dann sehen wir, dass quasi natürlich die meisten Abgaben, die meisten vollständigen Abgaben sind quasi dann eher gen Ende. In der ersten Hälfte passiert nicht so viel. Aber wir sehen hier in diesem Idealbild kommen wir quasi, sind wir vielleicht mal ein bisschen langsamer unterwegs, mal ein bisschen schneller unterwegs, aber wir sehen quasi den Trend, ob wir es schaffen werden, alles zu schaffen. Warum ist das innerhalb der 21 Tage schon wichtig? Naja, unter Umständen muss ich eben sagen, ich kann nach den 21 Tagen nicht alles schaffen. Ich möchte jetzt nicht, dass alle Mitarbeiter 80 Stunden in die Woche schieben, nur um das hier zu schaffen, sondern ich lasse dann gewisse Sachen weg, die nehme ich dann quasi raus aus meinem Pensum und kann damit quasi beobachten, bin ich im Zeitplan, schaffe ich etwa das, was ich mir vorgenommen habe. Gut, jetzt haben wir noch verschiedene Rollen. Ich versuche das noch in der Kürze zu beenden. Das ist, wie gesagt, relativ wichtig für euch. Es gibt verschiedene Rollen. Es gibt das Entwicklungsteam. Das ist eine selbstorganisierende Gruppe. Ich hatte schon gesagt, da soll keiner von außen irgendwie groß drauf rumhacken, sondern die soll sich selber organisieren. Das sollten allerdings nicht mehr als sieben Personen sein. Wenn ich mehr als sieben Personen habe, habe ich zu viele Personen, die mit zu vielen anderen irgendwie kommunizieren müssen. Die sollen die Software entwickeln, die sollen das Projekt und andere Projektdokumentationen ermitteln. Also es geht nicht nur um die Software, sondern auch um andere Dokumente. Dann haben wir den Product Owner. Was macht er? Das ist die Person, die dafür zuständig ist, quasi so eine Art Kundenrolle zu übernehmen, zu überlegen, das und das haben wir alles an User Stories. Das ist eine Person, die relativ viel Kontakt zu dem Kunden hat, im Zweifelsfall nachfragt bei dem Kunden, sozusagen so ein bisschen so das Anforderungsmanagement, also versuchen, die Anforderungen rauszukriegen, die kontinuierlich das Backlog sich anguckt, von dem aktuellen Sprint das anguckt und guckt, ist man da im Zeitplan, kommt da auch was raus, womit der Kunde was anfangen kann. Dann haben wir den Scrum Master und das sind häufig Rollen, die durcheinandergeworfen werden, aber die was völlig anders machen. Der Scrum Master ist dafür da, zu gucken, dass das Scrum-Verfahren, dass das Entwicklungsmodell für das Team gut funktioniert. Das heißt, der Scrum Master hat ein Auge darauf, dass eben keine 80-Stunden-Wochen passieren. Der Scrum Master hat ein Auge darauf, wenn vielleicht irgendwelche Sachen im Team vorfallen, zwischenmännlicher Art, der hat vielleicht ein Auge darauf, dass man im Zeitplan ist und ähnliches. Das heißt, das sind alle Sachen, die irgendwie zu tun haben damit, dass das Team weiterhin auch zukünftig gut arbeiten kann und auch in Zukunft vielleicht sogar effizienter arbeiten kann. Gut, und dann soll natürlich immer wieder irgendwas rauskommen und das nennt sich Product Increment und da gibt es noch so einen Vorsatz, Potentially Shipable, das heißt, wir wollen das potenziell nach jedem Sprint, was rauskommt, was wir an den Kunden ausliefern müssen, könnten, aber nicht zwingend muss es immer ausgeliefert werden. Es muss nicht immer in Produktivsoftware münden, sondern das kann man mit dem Kunden zusammen entscheiden, was dann tatsächlich aktiv geschaltet wird. Product Backlog habe ich schon relativ viel zu gesagt, jetzt ist hier nochmal zusammengefasst. Daily Scrum, das war das Meeting alle 24 Stunden, das heißt, einmal am Tag trifft man sich, man steht dabei, deswegen Stand-Up-Meeting, um das Meeting relativ kurz zu halten, da geht es eigentlich nur darum, was hat wer für Probleme, wer muss mit wem kommunizieren, sprechen, wer muss mit wem vielleicht auch mal Pair-Programming anwenden, um irgendwelche Probleme zu beheben zu beheben oder zu debuggen, um quasi den täglichen Fluss die Arbeit quasi zu ermöglichen. Dann haben wir den Sprint, habe ich jetzt relativ viel darüber erzählt und dann kann man noch gucken, was ist eigentlich das, was das Team schafft und das ist die Velocity, das heißt, wir können jetzt auf die Überlegung kommen, wir schätzen jetzt mal, wie viel Aufwand wir brauchen für eine User Story. Dann kann ich sagen, ich brauche dafür sieben Tage. Man macht das allerdings bei den Schätzungen nicht mit sieben Tagen, sondern man würde sagen, wir haben sieben als Zahl. Ich nehme quasi die Einheit weg. Und das Interessante ist, wenn ich dann irgendwann feststelle, ich hatte vorhin das Beispiel, wir haben 20 User Stories vorhin und wir schaffen aber eher nur so fünf und jede User Story ist ja vielleicht nicht gleich schwer, dann müssen wir eigentlich nur noch einschätzen, wie schwer sind User Stories und wir können dazu lernen, wie viel schaffen wir in dem Team. Und es kann zum Beispiel sein, dass wir sagen, es gibt Urlaubszeit, da sind zwei von vier Teammitgliedern sind weg, dann schaffen wir eben weniger und dann können wir nicht mehr eine Rechnung machen mit Wochen oder Tagen, sondern müssen wir eben einfach sagen, wir schaffen in dieser Woche nur 20 Einheiten statt vielleicht wie sonst 40 Einheiten und dann können wir runterbrechen, was das heißt für User Stories. Das heißt so eine Kapselung von dem Vorankommen. Was sind Vor- und Nachteile? Vorteile, wir brechen so ein Produkt runter in viele kleine Einheiten, in viele kleine Einheiten, die wir einzeln umsetzen können mit diesen User Stories. Wir haben, wenn wir Anforderungen haben, die sich ändern, können die ganz leicht integriert werden, wir stellen einfach eine neue User Story auf, wir verändern eine bestehende User Story, wir haben viel Kommunikation im Team, viel Transparenz, die Kunden können auch neue Inkremente regelmäßig sehen, eben durch diesen Prozess, mit dem Kunden wird das festgelegt, kann ja auch sein, dass der Kunde sagt, alle zwei Wochen möchte ich was sehen, dann ist eben ein Sprint nur zwei Wochen lang. Gut, und das alles fördert quasi das Vertrauen zwischen Kunden und Entwicklern und deswegen funktioniert das auch, dass eine Firma, eine andere Firma beauftragt und sagt, ich bezahle eure Entwickler jetzt einfach für vier Wochen und die sollen folgendes entwickeln. Ohne, dass man haarklein bis ins Detail festgelegt haben muss, wo welcher Button sein muss. Einfach durch das Vertrauen. Es gibt aber Nachteile, das ist die Frage, was ist mit größeren Teams? Was ist, wenn ich jetzt 100 Leute habe? Dann muss ich erstmal überlegen, wie teile ich die jetzt in andere Teams auf? Wie kommunizieren die miteinander? Was ist, wenn ich einen Vertrag trotzdem brauche? Wenn der Bund sagt, hier muss eine Software beauftragt werden, da muss es so ein großes Pflichtenheft oder Lastenheft geben, da muss alles drinstehen, da muss ich natürlich überlegen, wie ich damit umgehen kann. Dokumentation und Testen habe ich jetzt bei Scrum fast gar nicht erwähnt, heißt nicht, dass es nicht passiert, sondern ich muss mir Zeit nehmen, ich muss auch eine User-Story schreiben und muss sagen, jetzt wird Dokumentation geschrieben, jetzt werden Tests geschrieben. Ich brauche kontinuierlichen Input vom Kunden und auch da muss ich gucken, dass ich den kriege und wenn der Kunde nicht jeden Tag verfügbar ist oder einmal im Monat, dann muss ich mir eben die Rolle überlegen und die Rolle übernehmen im eigenen Team. Gut, den Rest lassen wir jetzt hier mal weg. also es ging im letzten Teil der Vorlesung um agile Entwicklung. Agile Entwicklung, weil das Wasserfallmodell und das V-Modell in der Praxis eben nicht gut funktioniert haben. Von diesem agilen Manifesto mit seinen vier Werten und zwölf Prinzipien haben wir eben gesehen, wie sich das zum Beispiel darstellen kann mit Scrum, mit User-Stories und ja, wenn es jetzt noch Fragen gibt, können wir die jetzt noch klären, da die Zeit ziemlich fortgeschritten ist, aber auch gerne in der nächsten Vorlesung. Dann bis nächste Woche. Glückwunsch. Vielen Dank.